Unterwegs in den Werner Alpen, nach dem Rotstock in der Eigerwestflanke noch bis 3000 Meter gestiegen. Blick auf den Eisbruch, eindrücklicher Tiefblick auf die Station Eigergletscher, Rotstock, kleine Scheidegg. Es hat super Pulverschnee. Es ist ein Traum. Eindrücklicher Hochblick zum markanten Eisbruch in der Westflanke. Es ist fantastisch. Ich wünsche allen gute Touren. Besten Dank.